Es wird schwierig für ihn werden, dein Team ist jetzt nicht überlegen, lass uns mal überraschen. Man fällt erstmal nicht zur Heavy-Seite. Auch riskant. Sich mit den Mediums auf D5 anzulegen ist nicht so einfach. Ne, die haben ja nur ein WZ-Badget. Na ja, trotzdem. Sein Team hat nur einen AP-Fond zu ziehen und einen D5-Fond zu ziehen. Das wird es auch nicht gut übermachen. Unten EN 100 jetzt? Ja, unten EN 100, ja. Ja. Auch schön zu sehen, dass er AP vorlädt statt Speed. Ja. Auch selten bei EN 100. Ja. Die Ziele sind ja jetzt nicht so... ...als wir müssen mit denen er rechnen kann, da kommt ja schon. Der böse LV. So, Waffen. Ja, ich kann aber auch viele Spieler die gleicher Speed vorladen. Hm. Ja, kommt auf einmal, wenn du ja gleich wieder mit irgendwas großem rechnen musst, einem Jagdpanzer oder sowas. Ja. Nicht mal schön bunt angemalt. Hm. Einfach nur Chaos. Nach dem will er nicht gehen, oder? Schade, es ist auch nicht, was du durch den Auge schießen. Oh. 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 À. Äh. Ja april. Ach... Ist egal. Und wie steht er denn da? Okay. Ja. Ah. Hahaha. Schön, denn er IS8-Schild nutzen. Ja. ja weil ihr sagt da wird sie fährlich kollegen und noch ein schuss aber gut wir schwimmen oh ihr fährt noch schön als kill noch angerechnet sein team verliert aber krass und und holt wer da hieß ja jetzt wird es ein bisschen heftig er rechnet wahrscheinlich mit dem eh 100 ja die ketten na das war schlecht am besten einfach auf dem ton zielen ja würde ich jetzt nicht vorfallen ne steht jetzt sehr schlecht vielleicht die IS3 hinten nochmal vorkommt wow heilwitzker und wahrscheinlich dass die IS3 nicht vorkommt ja die IS3 hat geschossen kurz vorm runterfallen eben schon oh ist eh noch nicht jawoll hm hm das ist jetzt den IS3 aber ignoriert ist komisch äh quatsch den E100 ja das war ein E5 den oh ich hab Tiger ah schade zu spät jetzt sind die IS3 oh WT au und der letzte ja schwein gehabt glück wenn ich das mach geh ich drauf und nehmt der IS3 nein gleich rum genau mehr glück als verstand hier in dem gefecht IS3 nehmt 9 zu 11 und dabei ist er schon bei 5.5.6 untertraten ja das ist der WT und tschüss oder nie ah das wört äh zutreinig hätte er nicht machen sollen lieber einzielen oh sehr schön klatsch hohohohohoho so 13 zu 11 Oh. Das ist jetzt... Ich halte jetzt noch zurück. Hat er noch den WZ links. Äh, rechts. Der WZ ist jetzt ein bisschen blöd gerade. Da können die ihn locker rausnehmen. Der WZ scheint auch durchgefahren zu sein. Vorsicht. Na. Schön. Erstmal ein bisschen Deckung. Na hoffen wir mal, dass er es noch rechtzeitig schafft. Oh, so willst du das auch. Ja. Wollte gerade selber nach links gucken, aber hat er selber gemacht. Das war auch Glück. Der WZ hätte jetzt locker Zeit nehmen können nochmal schießen. Ja, eigentlich schon. Aber er wollte da hinten... Ja. Ja. Ja, jetzt wird's... Ich hab auch hier hinter dem Stein wahrscheinlich. Ja. Ja, jetzt wird's aber trotzdem schlamm. Noch trotzdem Sekunden. Ah. Hat aber Glück. Na, kriegst du den noch. Jawohl. Oh, jawohl. High roll. Nicht schlecht. GG. Wunderbar gemacht.